Sie, meine Tochter will heiraten. Sie will ihn heiraten. Ja, mein Gott, so etwas soll dabei vorkommen. Aber sie kann nicht heiraten. Sie studiert doch noch. Ja, wie alt ist sie denn? Oh, was weiß ich, 24 oder so. Dann ist sie alt genug. Aber was glaubst du, wie viel die schon angeschnitten hat? Ja, Dutzende. Aber hat sie jemals vom Heirat gesprochen? Nein, nie. Siehst du, wenn Frauen vom Heiraten sprechen, dann meinen sie es immer ernst. Daran kann ich dich noch ganz gut erinnern. Als meine Frau das erste Mal vom Heiraten sprach, meinte sie es auch ernst. Und bevor ich nicht zu Wort kam, war ich verheiratet. Ich glaub, deine Tochter weiß ganz genau, was sie will. Natürlich weiß sie, was sie will. Aber sie spielt von einem Kerl, den ich gar nicht kenne. Ja, aber der will sich ja heute vorstellen kommen, hat sie gesagt. Aber den kann ich jetzt nicht brauchen. Der Nächste, der hereinkommt und stört, den erschieß ich. Ich kann kein Blut ziehen. Kann ich dabei so lange ins Bad? Na gut, dass du mir das sagst. Ich werde also kein Blutbad anrichten. Nein. Ich erwürde ihn nur. Na gut, ich zeig dir das mal an. Gotta play so wenigstens. Ja, das ist es nichts der Fed. Alle, bei der Bestandwer addition. Also, wir können für Strafär ND Das coastline.